Hilfe, die Mühle ist ja nur Schrott. Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Ein kleiner Snack? Du weißt doch, wir müssen los. Halt sie auf! Wir müssen die Kiste in die Luft kriegen. Jetzt! Du übernimmst Cockpit, Kanone und Sensorschlüsse. Kapiert, Feldknoll? Ja, R2. Wir können den Aufzug in Position bringen. Ja, R2. 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 Los, wir müssen den Vogel in die Luft kriegen. Ha! Ja! 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 Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. 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 Die Troiden, die wir gesucht haben. Schuhe, schau uns raus hier. Das war's für heute. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mondzug. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Ein Traktorstrahler hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Niemand an Bord, Sir. Schicke einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz. Ich lange nicht mehr... Nein. Was nicht. Ja, ja, nein. Ja, ja, was? Nein. Ja. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir.